Jo mo Leute hier ist euer Mr. Gungeon und mein Name ist Raphael und mit dabei ist der X-Bumble und ja wir befinden gerade in Akt 4 ja warte mal bleib mal stehen moral wir sind ich habe ein Red Plus 14 gekauft hab auch davor ein Video gemacht wo ich da mit Arena war und X-Bumble zu verab ich hab dir den geschenkt ja er hat es mir geschenkt ich musste dir ja geschenkt ja ja aber also ich hab halt meinen also mein Holi Plus 13 verkauft weil es war unnötig ich hab damit kommen gespielt das war unnötiges Gold ausgeben für den ESP Plus 13 ich eigentlich benutze Halli reicht eben das genau wie bei WK also wenn der WK ist nur für das LDT oder so ja 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 aber die Nutzen für jeden und so deshalb die ist es unnötig Plus als habe ich gleich verkauft von 40 K weil irgendwie geht er nicht so und oh Scheiße wer will wer keiner ist so dumm und will sich holen bis Neuer bis 13 doch wenn ich jetzt nicht mit mir er hat wenn ich später genug Cola da würde ich meinen 13 kaufen und wenn wenn das meine absolute Lieblings SP wäre was nie sein wird Naja Solala so also auch keine Hass ist ja auch kein Lieblingses bis bei mir Solala so es geht mach ich aber auch nicht so machte schon vorhanden ab er die Tee zu gehen und hier so er hat normale Damage weil es Geld zu holen also was über die Damage Grenze das ist schon klar aber auch mit Plus neun wenn er genug es heißt ja ja ich kann sogar mit Plus neun kann ich sogar 100 auf jedes Geld ja Rieser das ist einfach auf Angriff und ein Jahr er war totes ich habe noch was er wird Prozent Prozent feuer wegen er heute hat er das Dings angefangen ja hell wie ich weiß jetzt nicht wie man dieses Scheiß Kürbis Ding holt kaum ist über den ließ doch ich weiß nicht du musst du musst erst so ein Siegel haben oder ja man muss irgendwas fahren dass man sie gelungen kann ich habe keine Lust zu fahren und ich bin dafür ist einfach zu faul ich mache sie morgen oder so ich habe heute nur so performance ist alle bis die Gold holen egal einfach durch rennen ja ich war immer durch mir scheißegal da muss ich halt meine HP laden ja die Hüter die mir so scheiße viel 2,7 um bei dir Mathe als müssen die war ja klar aber da kommen ja noch welche also 4 4k oder so mal nicht hat er bestimmt oh da ist weg bist oh wer ist denn der FK plus 15 ich habe noch nie ein FK plus 15 gesehen auch das also schon aber nicht so als Mädchen also bei mir halt irgendwas hat mich gerade an ach sehr gut hm jo hm die neuen Flügel die kommen halt erst später raus also am zweiten bis dahin muss die mussten noch Gold machen ach die kann man aber nicht kaufen oder die kommen nur aus dem Maul zu aus Boxen und so was für so ich dachte da kommen nur die Arena Flügel oder nein auch so eine andere Flügel ich kann erst später den Link schicken wie die aussehen so 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 von plus 1 bis plus 15 ok ich bin ja belegen ob ich an meine Wett dran tue aber ich weiß nicht also ich kann sich zeigte später auch nicht okay ähm züchte einfach nicht ich hab ich hab Angst von der oh da ist ein shit was da jetzt passiert hm stirb scheiße was soll ich englisch fühlen dran tun das sieht doch auch geil aus eigentlich was was ok ich gehe in der Laufbahn ach so form weiße wo so richtige Lois drin sind die alle im WK plus 3 haben plus 3 oder auch immer und dann level ich mein Lobby einfach drin in so einer richtigen Laufbahn ich hab die falsches ich hab die falsches ja ja will ich auch mal hast du ein Kusi nein mit meinem Lowie mit meinem Boge ich hab ich hab ich hab mal Kusi plus 15 wäre sogar so episch war das sieht verlässlich aus ey ich ich bin der Kusi plus 15 sieht eh ich nicht geil aus sogar plus 14 finde ich nicht richtig geil die will weglaufen auf sie auf sie oh oh ja wir kriegen die aber nicht oder scheiße shit man hat die mir viel dmg gemacht mit einem Hit respekt für 15 und so eine Meku oh 15 K 15 K nein die hat mir nicht mal ein Kahl gezogen ach so ach so ach so für sie was weiß ich dachte war zu langsam oder der ist weggerannt nee nee du warst zu langsam gar mit mal boah aber du hättest du so zu werden noch gehalten der Mann kaufte dort hat ja sparen ich weiß sogar wer ein verkauft nein ja aber das ist die Köln es reicht das mal das muss die Köln oder er ist verkauft und nicht die Kälte also nicht die Kälte ich weiß noch wer ein Verkauf wer dann habe ich sogar ehrlich glaubt er hat sogar den von CK gekauft CK der Killer Wollts an mich für 42 K K verkauft ob ich so nebenan bis zu teuer für Wett so war dann ist sogar jägerbilliger also ganz ehrlich ist irgendwie so eine Logik von S1 die weiß schon was meine Metis wie soll auch billig sein weiß was ich überlegt habe er nicht auf einem anderen Server anzufangen die Kölner guck dir mal dass die Kuda 63er Stab 7 plus 10 ja ich weiß habe ich hier für 60 oder 70 KK ja man das ist so krass er überlegt oder so oder so oder so die interessiert es wird als 6 bis 10 für 50 KK richtig so abnormal so so was ich da abgeräten auf erzieht nein überlegt man du hast den 63er Stab plus 10 wie geil das aussieht jetzt mal ehrlich ich und mein Gott ist dann langweilige Folge Prozent ja belagern normal ja ich habe irgendwie das Gefühl dass gar keiner hier ist weil er klarten wie groß ist überhaupt ach kein Wunder in Zeitbettel er soll er zu Ende so wird vielleicht zurückgehen und in Ordnung ich mach den ich mein Heimker okay ja okay ich mach mit aber der Boss ist schon tot ne ja egal machen wir Heimker zurück weil hier ist ein bisschen zu langweilig so du mit deinem neuen SP plus 15 und nicht mit meinem Plus 14 habe ich aber schon länger aber will ich jetzt wieder verkaufen für weiß ich nicht ich hatte letztens ein Gebot für 25 130 KK was was ich will ist ja ich weiß ich will dann aber für 235 verkaufen ja 5 KK ja das für mich für mich für mich zählt jedes Goldstück hey Mann für 230 KK sei froh dass du für soviel wie viel ist warte soll ich mal schauen wie viel Krieger plus 15 ich überhaupt wert ist man was verkauft nein 440 KK von Karton oder so weiß ich nicht mehr ja okay nur einer verkauft ist aber eigentlich ist immer Krieger so 180 190 200 KK wird also wenn da richtig viele im Basar sind ja wenn dann unterbieten die sich echt heftig also runter letztens hatte einer einen für 250 KK drin und dann hat einer einen für 210 oder so reingestellt so ein Gericht ich hasse welche die unterbieten das sind voll die Spakos aber so heftig unterbieten so 50 KK ja ist so dann machst du voll den Verlust genauso war das bei meinem Kampfmann ich bloß 12 ich hatte 12 nur einer hatte einen drin und der hat den für 60 KK reingestellt wieso ich bin für 80 KK oder so einstellen woher ist auch nicht wo wollen wir hin sondern mal komm immer mal hier runter vielleicht ist da jemand ja okay und dann bis zur Führung wie bitte ist bis zur Führung wie Führer ja aber du nicht gerade fürst ja mal komm ich bin Führer bis jetzt muss man noch die eigentlich speziell groß noch erfinden m ich sag jetzt mal nix ich hab sie dir okay dann nicht dann nimm ich mir die nee doch nicht was denn ach so das heißt Blume ich glaub hier ist niemand nur wir sind hier ist ein Anfang soll man den Mann die Mops klauen ja komm komm wir mal zum Spaß hey du das tut mir echt leid aber wir müssen einfach das uns einfach zu langweilig im Video muss ja noch ein bisschen Spannung sein ja nee das ist echt Asi aber tot ja ja ne da doch ein bisschen frech sein wie hast du eigentlich dein Krieg ist gilt egal komm lass mich lieber weil sonst ich hab keine Lust ist aber ich hab keine guten SEL mehr ich hab meine SEL ARMY verkauft weil ich eigentlich so die auflösen wollte da hast du doch nicht ne ich hab die ARMY für 80 Kaka verkauft 7 plus 3 aber die hatte was hatte es für den Muschel GFL 8 0 ist weil ich dachte da wäre ein Mann aber hier schweig ist da ich hab die 480 Kaka verkauft und ich habe mich selber gebastelt für 50 Kaka also Böhle also was ein bisschen Gewinn gemacht ja da kommen wir durch mal ganz ehrlich hier ist echt so langweilig das ist noch das Buch vor Ort ja okay 9 da alter der Leine einfach kill Koma ein DMG hatte das gesehen einfach kill einfach kill einfach kill alter der FK macht mehr was weiß ich ein Kanon hält oder ist Louis Louis nein der ist Louis nein die Kilder und okay ich bin tot und du und du ja okay du hast das mehr HP und so Alter wir wieder auf einmal kommen ich log aus ich log aus nein ich bin ausgelockt ey ey ich sagte die warten auf dich hier ich bin ausgelockt ey ey die warten auf dich ich hab danach voll lange Black Green ne kann das sein ja ich wusste jetzt nee eigentlich jetzt nichts wieso wann habe ich ein Black Green immer so 12 Uhr 13 Uhr immer so ich weiß schon 14 Uhr 15 wieso hat man an Black Green so lange keine Ahnung frag mich nicht irgendein Bug da irgendein Bug ich weiß nicht wann ich mich wieder einloggen soll ich geh so lange auf mein Lobby nicht du musst sie ich bin weißt du was geil ja wenn man Louis Dämon wäre ist der Falle nicht ja das ist die ganze Zeit der letzten Stati von 1000 zu 0 ich hab dich angeschrieben ich bin safari stimmt bei L L L soll ich mit dem Aumat hier kommen ja ja mal lang siehe warte es ja auch soll ich mal schauen ob die dort sind ja guck mal ja warte ich guck gleich noch ein bisschen HP heilen und so steht das ist Schatten Louis ich schau mal wie viel ein ich hab ein roter Margin 99 plus 9 im Bazaar hey ich hatte den ich hatte 300 Diamanten ich hab 200 schon verkauft kennst ihr Diamanten Diamant Prozent wir sind die 2 und 20 K pro Stück hab ich verkauft also hab 4,4 KK gemacht dann hatte ich noch ein paar Formel zu sagen ich hab hier noch welche und bist du schon da nein noch nicht ich bin doch immer zitterte ich schaue da was nach ähm Spezialisten Spezialisten der heiliger Magier Job 91 bis 99 wie viel ist der billigste Wert 5,6 5 5, oder soll ich mehr plus 9 kaufen ich glaube ich kochen dann plus 9 für FKK aber erstmal ein bisschen Geld sparen weil ich jetzt ihr sucht werden DG plus 9 plus 10 oder ein Eismatch plus 9 plus 10 was ihr sucht werden DG plus 10 oder ein Eis plus 10 oder 9 hm du suchst nein hier sucht wer also du hast Kalt ne 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 Eis ist bei mir plus 13 und DG auch ok ey ey ich glaube ich jetzt mal wieder ein ne mal gucken was passiert und du stirbst wenn ich sterbe mach ich Rage ich habe jetzt auch mein Charakter gedrückt ne ne mir fehlt noch 38 Prozent habe ich auch ein Level ab ich habe 91 ich habe überlebt komm mal wo bist du ich bin hier ich komme ich komme dir entgegen Alter hier sind voll viele oder oder er gab es für 15 und er ist tot was hier war der FK plus 15 und ist tot woher ich habe überlebt ich habe überlebt ganz klein so Leute ich bin wieder da nach dem Kleinkart so ja hey mal ich bin so glücklich jetzt erst mal meine erste ist wie soll erst der richtige SP plus 14 hoho okay plus 15 erfahre es bis hat sich viele oh Fahne SPs ja Pirat 99 plus 15 ach komm wieso kauft hier niemand was ab 1 2 3 4 ich habe 5 Stacks äh Vormuss gestaltet das sind 8 8 KK 8 wir kommen vor allen 9 KK dann habe ich 15 dann verkauf ich noch das 15 26 habe ich dann 26 28 30 was verkauf ich noch ja dann habe ich sogar 30 KK noch ich glaube ich war für den Holy Plus 12 12 dann überlegen und immer wieso wird sie in Holy Plus 12 kaufen weil es geil aussieht mit mit Engelszügel nein das sieht scheiße aus als Mose du bist scheiße man also kurz elf und Engels äh plus 12 und Engelszügel sehen kack aus du siehst kack aus ich hab doch mal plus 12 mit Engelszügel auf S3 sieht geil aus du bist scheiße aber wo merke ich mir ich schaue mal schon um der Krieger an man voll voller Schrott man ganz ehrlich ganz in den Müll schmeißt schau wie scheiße da aussieht plus 15 ich weiß nicht doch hä? zerstört komm ich bei Malcolm verkauf ich jetzt bei Malcolm ja ok ja komm mal ey 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 versuch auf plus 16 dann zerstört es sich alter ich wollte ich ehrlich mal probieren ne wie das was da steht wenn ich das abben will weißt du was steht da hast du mal ausprobiert du weißt es nicht können wir gleich mal gucken ja ok ja ich will es echt wo man steht so ja ähm nicht äh abbildlich mögliche sowas ich hab Feuerbach ich hab Moral komm wir gehen durch ach komm jetzt gehen wir einfach durch mal ist langweilig ganz ehrlich was macht überhaupt der Yaya hier der Yaya plus 0 was macht hahaha ich kenn ihn voll der Witzbeut läuft mit Yaya rum hey den du kennst doch ähm racing phoenix gell hey 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 hallo ok er hat leider etwas ist mit seiner verbindung los deshalb hört sie jetzt diesen ton hier ich mach ganz gut schon weg oder egal das lass ich jetzt so ich bin zuvor um das jetzt weg zu tun wegzumachen das habe ich Edi down oder heißt Edi down ach weiß ich wie das jetzt heißt ok ich glaube er hat jetzt den ähm ganz gut so leute wieder da ähm jo atc moment kurz gesagt wird sorry jo wieder zurück Leute ja denkt x bamboo hatte die sie hier oder hab noch bin ich noch online ähm ja scheiße ich dachte ich dachte mir schon so hä wieso wieso fährt er nicht nicht weiter so egal wieso sondern bleibt es einfach so ich habe auf einmal hört und ich konnte mich nur bewegen und du bist da stehen geblieben und da hab ich mir gedacht ah ja bestimmt wieder dc ja ich hoffe jetzt herr muss man immer so lange warten ich glaube ich gehe nach der Edi t ja ich gehe auch jetzt Edi alleine ja nimm mal mein Lobby mit und level den he 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 ich glaube ehrlich nur gut ich weiß ich brauche ehrlich ne gute Form wo ich leveln wo ich mein Lobby ich glaube in unser Fan dürftest du mal leveln wenn du bist halt ob es zufrieden für die kleinen Ex also ich könnte mal fragen ob du ein Fan darfst und auch du dann nur wieder leveln darfst ich kann aber erst heute Dings abends sein ja das hat kein Problem mit meinem mit meinem Dings mit meinem Bogie kann ich schon rein ok du bist draußen ja ok ich komme da also ich müsste dann erst fragen also ich glaube schon mal ein Freund und so dürfen weil es irgendwie ja schon rein also ich muss erst fragen da muss es ja ein paar Fragen die Antworten und so ich schaffe den Mob aber nicht alleine welchen Mob ja wenn er will nein ich schaffe den Mob allein sogar mit meiner Mutter Magie ja weil ich bin ich bin level oh scheiß ich bin auf dem falschen Schlag kannst du nicht mit beiden Accounts reingehen oder nur mit einem also nur mit einem Charakter ich kann mit beiden in die Fam kommen aber ich kann ach so ja ok ne dann helfe ich dir einfach beim Mobs zu leveln weil ich schaffe eh Mob alleine also wenn du noch mit deinem WK dann gehts auch einfacher ja ich habe ja WK und ich brauche muss halt nur Level 63 um einen Wähler zu tragen also bist du 61 Prozent ja ok dann könnte ich mal fragen ob du rein darfst ok später wenn einer online ist aus FM also Vertreter oder Ding wo seid ihr jetzt alle hin? seid ihr oben oder durch? ja wir sind durch ok dann komm ich mit durch mein Gott jetzt greift mich so ein verficktes Potrar an ey ja Leute das war es auch mit der Folge war ein bisschen langweilig aber jetzt ein bisschen Spannung am Schluss wegen X Bumble mit sein DC und äh ja bis zum nächsten Mal ah ja dann noch was äh ihr dürft euch überlegen welches ich beim nächsten Mal will sonst also kein Holly und kein Gezeitenbändiger weil Holly habe ich jetzt nicht und Gezeitenbändiger ist so los sonst ist der anderen vier SPs wählen und ja bis zum nächsten Mal ciao bis noch mal sagen ciao